In diesem Video geht es um den Komponisten Franz Schubert. Ich erkläre dir, was das Besondere an seinem Werk ist und inwiefern er die Musik geprägt hat. Franz Schubert wurde 1797 in der Nähe von Wien geboren. Zunächst wurde er von seinem Vater im Geigen- und Klavierspiel unterrichtet. Ab 1808 wurde Schubert schließlich in die Wiener Hofkapelle und das Stadtkonvikt aufgenommen. Von da an erhielt er Unterricht von Antonio Salieri und anderen Komponisten und Musikern. Außerdem sang er als Kapellknabe. In dieser Funktion lernte er die großen Werke von Komponisten wie Mozart, Beethoven und Haydn kennen. Als Franz Schubert etwa 1813 in den Stimmbruch kam und seine Stimme kein glockenheller Sopran mehr war, war er als Chorknabe nicht mehr geeignet und musste sich eine neue Tätigkeit suchen. Zunächst arbeitete er als Schulgehilfe seines Vaters. Ab 1817 war es ihm jedoch möglich, den Schuldienst zu verlassen und als freier Künstler tätig zu sein. Die Sommermonate verbrachte er auf dem Gut des ungarischen Grafen Esterhazy und arbeitete dort als Musiklehrer. Musik im privaten Kreis zu präsentieren, war eine besondere Vorliebe von Franz Schubert. Er lud Freunde ein und führte neue Kompositionen auf. Diese Veranstaltungen waren in seinem Freundeskreis sehr beliebt und erhielten schon bald den Namen Schubertiaden. Schubert schrieb insgesamt etwa 600 Musikstücke. Sein Werk ist der Epoche der Romantik zuzuordnen. Zu seinen vielen Kompositionen zählen Lieder, Chormusik, siebenvollendete und fünf unvollendete Sinfonien, sowie Overtüren, Opern, Klaviermusik und Kammermusik. Besonders bekannt ist die Sinfonie in H-Moll und seine Vertonung von Gedichten. Er vertonte unter anderem den Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe. Im Fokus seines Schaffens stand aber stets die Musikform des Liedes. Mit nur 31 Jahren starb Franz Schubert 1928 in Wien. Er erlitt eine akute Typhusinfektion, kämpfte zwei Wochen lang mit hohem Fieber und verstarb schließlich an der Krankheit. Er wurde in Wien, ganz in der Nähe von Beethovens Grab, bestattet. Einige Jahre nach seinem Tod erst fand der Pianist und Komponist Robert Schumann die Sinfonie in C-Dur, genannt die Große, auf dem Dachboden seines Freundes Franz Schubert und machte sie der Musikwelt zugänglich. Einige Jahre nach dem Komponist Robert Schubert und Komponist Robert Schubert und Komponist Robert Schubert und Komponist Robert Schubert. Komponist Robert Schubert und Komponist Robert Schubert und Komponist Robert Schubert.